Wir haben gerade unsere aktuelle Folge aufgenommen und darin sprechen wir über Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, TKKG, die drei Fragezeichen, die Schlümpfe, Spongebob Schwammkopf. Sehr viele Themen, über die man normalerweise in einem Politik-Podcast nichts spricht. Aber wir sprechen darüber und analysieren, welche Rollenbilder in diesen Serien vorkommen und weitergegeben werden. Und welche politischen Systeme da so vermittelt werden. Ich sage nur, großer Kampf Kapitalismus gegen Kommunismus. Und einen Filmtipp haben wir am Ende auch noch für euch. Drum schaltet ein, Y-Politik Folge 12, Kindheitshelden, warum Serien und Hörspiele politisch sind. Genau, tschüss.